Der aufklappbare Doppelschuber bietet neben dem Platz für zwei Ringordner viel Fläche für Ihr individuelles Design. Dazu können aufgeschweißte Taschen wie diese CD-Tasche angebracht werden. Der Doppelschuber wird mithilfe einkaschierter Magneten geschlossen. Somit bleibt zusammen, was zusammengehört. Generell empfehlen wir Ihnen, Ihre Ringordner mit einem Griffloch auszustatten. Dieses ermöglicht das leichte Herausziehen aus dem Schuber. Benötigen Sie nur Platz für einen Ringordner und wollen Sie zudem noch loses Infomaterial dazulegen, dann empfiehlt sich für Sie diese Schubervariante.